Ich glaube an die Unantastbarkeit und an die Würde jedes einzelnen Menschen. Ich glaube, dass allen Menschen von Gott das gleiche Recht auf Freiheit gegeben wurde. Ich verspreche jedem Angriff auf die Freiheit und der Tyrannei Widerstand zu leisten, wo auch immer sie auftreten mögen. Ergebnis dieses Märchens vom Rias ist, dass ich, weil ich mich gegen Unrecht auflehnte, obdachlos bin und meines Lebensplans enthoben. Freiheitsberaubt und gefoltert unter angeblicher Betreuung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020